Achtsamkeit, Mindfulness. Eine neue Meditationspraxis erobert die Welt. Sie verspricht weniger gestresste Mitarbeiter, höhere Konzentration, bessere Produktivität. In einer Welt, die hektisch ist, in der ganz viel Stress entsteht, wie kann ich in der Mindful sein? Doch was hat die Meditationspraxis in der Businesswelt zu suchen? Auf meiner Reise besuche ich Menschen, für die Meditation und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch ist. Aber auch solche, die dieser Entwicklung kritisch gegenüberstehen. Monetary values should be subordinate to natural, human and spiritual value, not the master.